Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Firefox, Privacy Badger, die Datenschutzerweiterung. Die neue von der Electronic Frontier Foundation entwickelte Datenschutzerweiterung soll die Privatsphäre schützen. Das Ad-On, wie es auf der Webseite eff.org, Privacy Badger heißt, blockiert Spionage-Ads und unsichtbare Trecker und soll dafür sorgen, dass das Surfen ohne Benutzerzustimmung nicht verfolgt werden kann. Nicht einvernehmliche Verfolgung soll verhindert werden. Die Installation passiert mit folgenden Schritten. Einfach die Seite besuchen, auf den Button Install klicken, erlauben halt das Ad-On installieren wie jedes andere Ad-On bei Firefox auch. Jetzt installieren und das Ad-On findet man dann unter Extras, Ad-Ons, Erweiterung, wo man die Erweiterung dann wieder auch deaktivieren und entfernen kann. Es gibt drei Zustände, Rot, die Trecker blockieren, Gelb, Cookies oder Referral werden nicht an den Trecker gesendet und Green, Grün. Nichts wird blockiert. Auf Webseiten gibt es eingebettete Elemente, eingebetteten Code, zum Beispiel für Werbung von anderen Domänen, Unternehmen, von denen man vielleicht noch niemals gehört hat, die das Surfverhalten verfolgen, die sogenannten Tracker. Diese versucht der DAX zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Seite besuche, google hier zum Beispiel und auf das Icon von hier, Privacy Badger klicke, werden die erkannten Tracker angezeigt. Für die jeweiligen Tracker gibt es Schieberegler, die man entweder hier auf Grün, Gelb oder Rot setzen kann. Wenn ich jetzt hier auf das Rädchen klicke, komme ich zu Unblock Sites und Report a Bug. Das Add-on ist noch in der Entwicklungsphase, steht unter der GPL3 Lizenz und basiert auf der AddBlock Plus Engine. Kopien gibt es auch bei github.com. Viele sind der Meinung, dass Privacy Badger von nun an neben HTTPS Everywhere und NoScript zu den Standard Add-ons gehören sollte. Das war unser Power von dem Screencast. Ciao und viel Glück!